Hallo zu einer neuen ReptilTV Folge Hier mein Intro Tierchen für euch, ein aus meiner Sicht wunderschöner roter Teju Bloß verkratzt er mich leider, bisschen arg Hat mir besonders gut von den Farben gefallen Deswegen wollte ich ihn euch heute zeigen Eben die kratzen so mordzig, ich möchte mich nicht völlig verkratzen lassen Deswegen sorry wenn ihr nur noch halber seht Roter argentinischer Teju habe ich euch schon manchmal gezeigt Aber ich bin immer auf der Intro Tierchen suche natürlich, bevor ich den Film drehe Und der ist mir gerade ins Auge gestochen, weil mir eben seine Farbe so gut gefallen hat Ihr kennt die Teos aus Argentinien Werden super schön zahm, werden leider recht groß Aber was heißt leider, sie werden halt groß Ca. 1,50 m richtig, die roten sowieso richtig stramme Kerlchen Sind ja schon tolle Terrarientiere, könnt ihr im Freiland halten Aber man braucht natürlich reichlich Platz dafür Wie gesagt, der hier hat mir besonders gut gefallen Tolle Farben und deswegen heute das Intro Tierchen Da sind wir dann schon im Thema eigentlich auch drin Das Thema heute, welche Echse passt zu mir Möchte ich auch mal unterteilen in zwei Kategorien sozusagen Es gibt eher so die Wüstenbewohner Und es gibt eher so die tropischen, sprich etwas feuchteren Wald- oder Regenwaldbewohner bei den Echsen Fangen wir mit den Wüstentieren an, wie es der Name sagt Die wollen es recht trocken, die wollen es sehr heiß Die Lichtintensität spielt da auch eine Riesenrolle Ihr müsst wirklich, das A und das O von dieser Haltung Ist ein warmes und vor allem helles Terrarium Super ausgeleuchtet, starke Strahler, die hell machen Die eine große Wärme abgeben Das ist so das Grundelement der Wüstenechsen-Terraristik Die meisten davon sind eher Bodenbewohner Die klettern auch mal ein bisschen, aber bleiben eher auf dem Boden Fast alle sind tagaktiv Die leben in der Sonne, die leben mit der Sonne Ich möchte das Wort Wüste auch noch mal relativieren Ich spreche natürlich nicht von der Sandwüste, sondern ich spreche eher von heißen Halbwüsten als Überbegriff Also nicht, dass man sich jetzt hier die Sanddünen vorstellt, wo die rumrennen Sondern ich spreche von den Halbwüsten, Savanne, Steppe, Trockensteppe, so in die Richtung gehen Die einzige Ausnahme, was ich auch in diesen Wüstenbegriff fasse, sind die Leopardgeckos Auf die komme ich gleich noch mal direkt zu sprechen Der Klassiker unter den Wüstenechsen ist natürlich die Bardagame Das Lustige heute ist, ich habe tatsächlich keine Bardagame zu zeigen Ich glaube ich mache seit über 30 Jahren diese Terraristik Ich glaube es gab noch nicht einen Tag, wo ich ohne Bardagame war Aber jetzt ist es tatsächlich so, ich habe nicht eine Bardagame da Deswegen blenden wir es euch hier ein Es gibt hauptsächlich die zwei für die Terraristik wichtigen Die normale große Bardagame Pogona Viticeps wird mit Schwanz 50-60cm lang Also doch echt eine stattliche Größe Seid euch bewusst, ihr braucht ein großes Terrarium mit 1,50m bis 2m Tiefe Also da müsst ihr ordentlich Platz bieten Oder die Zwergbadergarmen, die Pogona Henry Lorsoni Die bleiben deutlich kleiner, vielleicht so 25cm mit Schwanz Da kommt ihr mit 1,20m, 1,50m Terrarium da hin Vom Verhalten her, von der Art her, von allem her sind sie gleich Es sind wirklich tolle Terrarientiere, machen wirklich Spaß Lassen sich gut züchten Sind unheimlich zutraulich, sind nie scheu, nie aggressiv Also wirklich ein tolles Terrarientier Deswegen auch der Klassiker in der Terraristik Dann haben wir hier was aus meiner Sicht besonders hübsches Ein Dornschwanzagame, in dem Fall Uromastix jemenensis Ist auch eine relativ seltene Dornschwanzagamenart Wobei die Dornschwänze relativ ähnlich aussehen Die Dornschwänze sind vom Wesen, von der Art her ähnlich wie die Bartagamen Sind vielleicht noch gleich ein wenig gechillter Stehen morgens ein wenig später auf, gehen ein wenig früher ins Bett Wachsen entsprechend langsamer Also haben ein wenig niedrigeren Stoffwechsel Sind auch von der Ernährung Vielleicht ungefähr 50% vegetarisch zu ernähren Fressen irgendwelche Pflanzen oder Körner oder Samen Wirklich ein absolut tolles Terrarientier, Wüstentier Ich bin schon immer Fan, war meine erste Echse übrigens, war eine Dornschwanzagame Und von der Größe, je nach Art, werden die so zwischen knapp 40 bis Es gibt richtig große, die Ägyptikus z.B. mit um die 70 cm Aber gerade so die kleineren mit 30, 35, 40 cm Necriventris z.B. Wirklich ein ganz tolles Terrarientier Ich hatte es vorher schon kurz angesprochen, die Ausnahme betreffend Tag und Nacht aktiv Ist hier der Leopardgecko, hier so ein hübscher Tangelo Tolle Farbe Die Leopardgeckos sind eher dämmerungsaktiv Sie sind, ich würde mal Steppen, Halbwüstenbewohner sagen Aber sie kommen in der Dämmerung raus D.h. wenn man z.B. hingeht, man kann 17 Uhr z.B. das Licht ausmachen Dann sind die am Abend, fangen die an aktiv zu werden Gehen auf Nahrungssuche, gehen auf Jagd Also ich glaube, das tut der Popularität oder der geeignet sein für die Terroristik keinen Abbruch Manche sagen, die sind ja nacht- oder dämmerungsaktiv, das will ich nicht Aber ich glaube gerade zu der Zeit, wo die aktiv sind am Abend, das ist auch die Zeit, wo man zuhause ist Und dann kann man die auch toll beobachten und man sieht ihr Verhalten Eben schon allein deswegen sind sie, ich würde sagen, mit oder nach den Badergarmen Mit die beliebtesten Terrarien-Echsen geworden in den letzten Jahren Auch durch die Variabilität und durch die vielen hübschen Farben, die die haben Also so eine Farbe, die ich jetzt hier habe, das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen Mittlerweile sind die wirklich für erschwingliches Geld in so tollen Farben zu bekommen Von der Größe her, das ist hier so ein subadultes bis adultes Tier, also viel größer werden die Leopardgegos nicht Ist wirklich ein tolles Terrarientier, lässt sich in so einem 80-100 cm Terrarium toll halten, lässt sich toll vermehren Immer nur ein Männchen, Weibchen könnt ihr mehrere reinmachen ins Terrarium, die Weibchen vertragen sich untereinander Und dann habt ihr wirklich ein ganz tolles interessantes Terrarientier Dann hier auch wirklich ein hübsches Terrarientier, ich muss mich mal irgendwie versuchen zu euch zu drehen Die ist so auf mich fokussiert, will sie nicht Australische oder auf Neuginea lebende Kragenechse, Glamidosaurus kingi Ein tolles Terrarientier, gar nicht so leicht zu kriegen, aber wird in der Terraristik gezüchtet, bekommt man auch Ein bisschen geht auch klein wenig in die Höhe vom Terrarium, also nicht ganz, jetzt hat man mit den Dornschwänzen und den Bardagamen Hat man jetzt eher Bodenbewohner, die Kingis kann man klein wenig höher halten Aber schon von der Lebensweise ähnlich wie das, was wir gerade schon gesehen haben In der Regel auch richtig umgängliche, zutrauliche Terrarientiere Hier habe ich gerade witzigerweise eine, die das wahrscheinlich noch nicht so richtig verstanden hat, dass ich ihr nichts tue Dadurch stellt sie ihren Kragen so schön, wenn die eingewöhnt sind, dann machen sie es eigentlich so gut wie gar nicht mehr Das ist ja so ein Abwehrverhalten von denen Aber wirklich ein tolles Terrarientier und freue mich, dass ich die euch heute in der Folge auch zeigen kann Für die Wüstenterraristik interessant sind auch einige kleinbleibende Wüstenwarane Zum Beispiel der Stachelschwanzwaran aus Australien, auch ein tolles Terrarientier Auch Wüstenklima oder Halbwüstenklima Die Tiere werden so um die 40-50 cm lang, wobei über die Hälfte davon auf den Schwanz fällt Also ihr braucht so 1,20 bis 1,50 Meter Terrarium Wirklich tolle Terrarientiere lassen sich auch vermehren im Terrarium Werden seit vielen Jahren oder Jahrzehnten in der Terraristik gehalten Allerdings ist es nicht ganz so leicht, die zu züchten wie jetzt zum Beispiel eine Bardagame Das seht ihr, die Tiere sind dadurch auch nicht so oft erhältlich Ist nach wie vor ein seltenes Insider- oder Insider-Terrarianer-Tier Aber wirklich ein tolles, geeignetes Tier für die Terraristik Ähnlich ist es ein bisschen mit den Stachelleguanen Beziehungsweise nein, es ist eigentlich nicht ähnlich Also die Stachelleguane waren vor 10-20 Jahren Hat man viel so Skelloporus cyanogenes oder Skelloporus malachiticus Oder andere Stachelleguanarten in der Terraristik gehabt Die Stachelleguane kommen aus Nord- bis Mittelamerika Sind dort relativ häufig zu finden in den heißen Halbwüstengebieten Wie gesagt, vor 20-25 Jahren, wo ich mit der Terraristik angefangen habe Oder vor 30 Jahren, da hat man die eigentlich noch recht viel gesehen in der Terraristik Die letzten Jahre sind die immer weniger geworden Ich denke, das liegt zum einen daran, dass man keine Wildfänge mehr aus der Natur bekommt Was ja eigentlich gut ist Aber leider haben auch wir Terrarianer die Tiere die letzten Jahrzehnte nicht mehr viel nachgezüchtet Ich kann gar nicht sagen, aus welchem Grund Eigentlich ist es ein tolles Terrarientier Sie sind vielleicht ein bisschen scheu Also ich glaube, die meisten Terrarianer, ihr merkt es, ich rede ja oft von zahm und brav und zutraulich Ich weiß, bei manchen kriegen die schon so einen Hals, wenn die das nur hören Aber es ist leider, oder nicht leider, es ist einfach so Die meisten Terrarianer möchten ein Tier haben, was man auch mal anfassen kann Was nicht gleich wegrennt, wenn ich mit der Hand reingehe Und bei den Stachellegowaren ist es leider der Fall Die sind relativ scheu Und ich glaube, das ist wahrscheinlich mit der Hauptgrund, wieso sie aus der Terraristik gleich ein bisschen verschwunden sind Aber trotzdem ein tolles, schönes Terrarientier Und wer eben eher auf die Optik Wert legt und wem das gefällt Und der überhaupt kein Bedürfnis hat, solche Tiere anzufassen Der ist mit dem Skelloporus, hat damit wirklich tolle Terrarien-Echsen Dann kommen wir zu den eher tropischen Terrarien-Echsen Also ihr merkt es die ganze Zeit, ich eiere ein bisschen rum, um die Ausdrücke wüste, halbwüste, tropisch Das sind einfach so Überbegriffe, die nicht immer so ganz stimmen Also ich weiß, da wird es einigen von euch schon wieder die Nackenhaare stellen Man muss einfach einen Überbegriff finden Und die Aufteilung in Wüste und Tropisch ist wahrscheinlich die sinnvollste, aber nehmt die nicht eins zu eins bitte Also die tropischen Terrarien-Echsen So signifikante Punkte da dran sind, dass ihr einfach eine höhere Luftfeuchtigkeit braucht Manchmal in der Terraristik gar nicht so leicht, wie kriege ich die Luftfeuchtigkeit ins Terrarium Wenn mein Wohnraum relativ trocken ist Und zum anderen gehen bei diesen feuchteren Terrarien natürlich auch die Terrarien oder die Einrichtung oder die Technik schneller kaputt Das ist ein wenig so ein Aspekt, der da zu beachten ist Dann die tropischen sind vielleicht ein bisschen eher Baumbewohner Die meisten Arten, die ich euch jetzt vorstellen werde, sind eher am Klettern, eher Baumbewohner In den Tropen generell ist es vom Klima ein wenig anders als das, was wir vorher mit Wüste und Halbwüste haben Nachts geht die Temperatur nicht so weit zurück Das heißt, es gibt auch einige tropische Terrarientiere, wo ich nachts bei den Echsen heizen muss Also wo ich nachts auch 22 bis 25 Grad brauche Das heißt, ich muss auch gucken, wie ich das Terrarium nachts beheize Das, was wir vorher hatten, da konnte man nachts alles ausschalten, musste man nur am Tag mit unseren Strahlern heizen Jetzt in dem Fall schauen, wie weit sinkt es nachts ab Reicht mir die Nachttemperatur, wenn nicht, muss ich mit irgendwelchen Heatpanels oder Heizmatten Oder vielleicht sogar Wärmestrahlern nachts auch für Wärme sorgen Und auch ein wichtiger Punkt, dass von diesen tropischen Terrarienechsen die meisten tagaktiv sind Seit Jahrzehnten ein Klassiker, früher vielleicht etwas mehr als heute war der grüne Leguan Jetzt werdet ihr sagen, der ist ja gar nicht grün, der ist rot Auch an den Leguanen gehen die Farbvarianten nicht vorbei Also außer Grün gibt es mittlerweile Rot und Blau und Albino gibt es auch noch Das ist jetzt die rote Variante vom grünen Leguan Wird in Mittelamerika auf den Farmen gezüchtet Wirklich zu Zehntausenden bzw. Hunderttausenden werden die dort gezüchtet Für die Terraristik, zum Teil auch für die Lebensmittelindustrie In Mittelamerika ist der grüne Leguan auf dem Speiseplan Wird gegessen, ähnlich wie bei uns der Hase oder sowas Tolles Terrarientier, wird leider sehr groß Mit Schwanz können die 1,60 m, 1,70 m erreichen Körperlänge ist dann ca. 60-70 cm bei einem großen oder riesigen Männchen Sie werden meist recht brav, muss man sich allerdings auch etwas Zeit nehmen, um die dran zu gewöhnen Sie sind Vegetarier, das macht es natürlich auch so interessant Man muss da keine Insekten oder Mäuse oder irgendwas füttern, sondern sie sind reine Vegetarier Also von dem her waren sie vor allem früher ein beliebtes Terrarientier Der Nachteil ist definitiv die Größe Ihr braucht ein Terrarium mit 3-4 Quadratmeter Grundfläche Also Quadratmeter Grundfläche Raumhöhe natürlich Dicke Kletteräste drin Wie vorher schon gesagt, das Ganze gut ausgeleuchtet Wenn ihr den Platz habt, dann ist es definitiv ein schönes Terrarientier Und ihr werdet sicher Spaß haben mit grünen Leguanen Dann ebenfalls unter den Überbegriff tropisch fallen die schwarzen argentinischen Teos Bei meinem Intro habt ihr schon den roten gesehen Das ist der gleiche in schwarz Tupinambis Merinae Schwarzer argentinischer Teo Als Baby-Jungtier haben die noch etwas grün drin Umso größer sie werden, umso schwarz-weißer werden sie Ein tolles Terrarientier werden Auch brav wie ein Hund würde ich bald mal sagen Wirklich schöne zutrauliche Tiere Lassen sich gut halten Im Sommer kann man sie die meiste Zeit vom Jahr sogar im Freiland halten Wenn man die Möglichkeit hat Werden relativ groß So ein ausgewachsener Schwarzer kann mit Schwanz 1,20 m oder 1,30 m haben Ungefähr knapp die Hälfte ist dann Körper Also so ein ausgewachsenes schwarzes Männchen kann 50-60 cm Körperlänge erreichen Also von dem her, wenn ihr so etwas halten wollt, braucht ihr auch viel Platz Aber dann ist es ein ganz tolles, sympathisches Terrarientier Dann habe ich hier einen jungen Kronen-Basilisk für euch Lemanctus longipes Auch ein tolles Terrarientier Das ist jetzt ein Jungtier Ausgewachsen haben die ungefähr eine Körperlänge von knapp 20 cm Dann mindestens nochmal 30 cm Schwanz dran Also ihr braucht so ein 80 cm breites Terrarium Vielleicht 1,20 m hoch Könnt ihr die toll drin halten Auch toll ist, die sind pathenogenetisch Das heißt mit einem Weibchen oder ein Weibchen vermehrt sich ohne Männchen Legt Eier Und ihr könnt die mit einem Tier züchten sozusagen Interessant auch von der Art her, die sind nicht sonderlich scheu Ihr seht es jetzt an dem her, der bleibt so schön auf meinem Daumen sitzen Selbst als Jungtier sind die relativ zutraulich Tolles Terrarientier kann ich euch absolut empfehlen Den Kollegen hier lasse ich in seinem Döschen Der läuft mir doch ein wenig zu schnell weg Und wenn man nicht aufpasst verlieren die sogar ihren Schwanz Das ist so ein Madagaskar Taggecko Felsuma Madagaskariensis Grandis Die Felsumen sind auch beliebte Terrarien Echsen, Terrarien, Geckos Sind was fürs Auge Ist jetzt was wo man Wie gesagt wo eher scheu ist Wenn man rein fasst, hauen die natürlich ab Beziehungsweise wenn man sie einfangen will Wie gesagt muss man aufpassen Mit der Zeit gewöhnen die sich schon dran Haben keine so geringe Fluchtdistanz mehr Aber es ist ein Terrarientier zum anschauen Kann man schöne tropische Regenwaldterrarien einrichten So mit Bambus, mit Pflanzen Ist wirklich was Also wo das ganze Die Deko, die Bepflanzung auch eine große Rolle spielen kann Wenn man das mag Die Tiere werden, das ist jetzt ein halbwüchsiges Tier Die Grandis, wie der Name schon sagt Sind eine der größten Felsumenarten Werden mit Schwanz Circa 30 cm Und sind auch schon seit Jahrzehnten In der Terraristik recht beliebt Lassen sich gut züchten Legen dann in regelmäßigen Abständen zwei Eier Die nach einiger Zeit die Jungtiere ausschlüpfen Also auch ein schönes Terrarientier Gehört sicherlich in die In die Rubrik der klassischen Terrarienechsen Dann haben wir hier nochmal einen hübschen Gecko Aktuell auch unter der Top 10 der Terrarientiere Recht weit oben würde ich sagen Ein Kronengecko Rakodactylus Ciliatus Sind wirklich schöne dankbare Geckos Achso da fällt mir einfach Vorher habe ich gesagt Die meisten tropischen Geckos sind tagaktiv Also diese Kronengeckos sind ebenfalls eher dämmerungsaktiv Ähnlich wie die Leopardgeckos vorher Am Abend wenn das Licht ausgeht kommen die raus Sind von den Ansprüchen her relativ einfach zu erfüllen Die wollen es gar nicht so warm Also Mitte 20 Grad Von der Beleuchtung her Ebenfalls keine so übermäßig starke Beleuchtung Lassen sich toll züchten, toll halten Sind mindestens zu 50% vegetarisch Also fressen solche Fruchtpreie Macht man so einen Fruchtprei rein Von dem die sich ernähren Tut ein, zweimal die Woche Insekten zufüttern Wirklich ein tolles Terrarientier Das wie gesagt die letzten 10 Jahre auch einen tollen Boom erlebt hat Zu guter Letzt noch ein tolles Terrarientier Der steht irgendwo zwischendrin Zwischen tropisch und Wüste Also letztendlich ist es ein Savannentier Beziehungsweise kommt aus dem gleichen Lebensraum Wie die Königspynons Aus der westafrikanischen Feuchtsavanne Also ich würde ihn trotzdem eher unter die tropischen einordnen Der liebt die Sonne Der liebt die Wärme am Tag Braucht aber nichtsdestotrotz trotzdem Hohe Luftfeuchtigkeit Braucht nachts noch eine relativ hohe Wärme von 25 Grad Ich weiß gar nicht, habe ich den Namen schon gesagt? Steppenwaran, Varanus exanthematicus Ist ein relativ großer Varan Die Männchen werden mit Schwanz so ca. 100 cm oder gar über 100 cm Die Weibchen so mit 60, 70, 80 cm bleiben die etwas drunter Tolles Terrarientier, wird schön brav Kratzt ein bisschen, deswegen hier mein vorsichtiges Handling Und wenn ihr jetzt mal meine Arme anguckt Das ein Tag Reptil-TV drehen Dann endet man leider doch immer recht verkratzt Das probiere ich immer klein wenig zu vermeiden Lässt sich leider nicht ganz vermeiden Also soviel zum Steppenwaran Ein tolles tropisches Terrarientier Wenn ihr den Platz zur Verfügung habt Terrarium circa Ihr braucht auch mindestens 2-3 Quadratmeter Grundfläche Wenn der ausgewachsen ist Aber dann lassen die sich toll in der Terraristik halten Und habt ihr sicherlich auch eine Freude an dem Tier Das war jetzt wieder der Versuch in möglichst kurzer Zeit euch einen Überblick zu geben Über ein relativ großes Thema Deswegen, wir haben es beim Film oder ich selber hatte das Empfinden Dass man alles nur kurz anschneidet Es fehlt natürlich vieles, es fehlen die ganzen Details Wie gesagt, es soll einfach einen groben Überblick über die Echsenhaltung geben Um euch vielleicht zu sagen, ich tendiere eher zu der Richtung, zu der Richtung Oder zu der Echse oder sowas Deswegen einmal quer durch Das A und O der Echsenhaltung ist die Beleuchtung Die, so ziemlich alle Echsen, vielleicht den Leopardgecko in Klammer Und den Kronengecko, den wir gesehen haben in Klammer Alle anderen wollen sehr viel Licht, wollen es ganz hell Wollen einen hohen UV-Anteil Also hohe Lichtintensität, hohen UV-Anteil Und das schafft man nur mit so speziellen, entweder so Mischlichtlampen So HWL-Mischlichtlampen oder die HID-Lampen mit Vorschaltgerät Das sind die Lampen der Wahl, wenn ihr solche Tiere halten wollt Müsst ihr die wirklich wahnsinnig beleuchten Auch die Wärme macht man über diese Lampen Die Tiere assoziieren das Licht mit der Wärme Also solche Sachen wie Wärmestrahler, Heatpanel hat für den Tag eigentlich fast keine Rolle in dieser Echsen-Terraristik Macht alles mit Strahlern Tut mit Strahlern beheizen, macht es hell mit Strahlern Gebt die UV-Strahlung mit solchen Strahlern ab Und dann habt ihr ein perfektes Terrarienklima für euer Tier oder für eure Echse Und habt sicherlich Spaß dran Alle von euch kennen mein T-Shirt von wegen Check My Balls Aber ihr wisst nicht, dass darunter noch ein zweites T-Shirt ist Ihr habt es alle bestimmt auch schon miterlebt Natürlich werde ich, das geht ja jedem von uns so, man wird ja immer mal angegriffen Und dann gibt es Leute mit denen kann man toll und gern diskutieren Da hat man verschiedene Meinungen, diskutiert man darüber Finde ich super, das muss auch so sein, so tauscht man sich aus Und es gibt ein paar, die wollen nicht diskutieren Die wollen einfach nur stänkern, die wollen einfach nur schlecht reden Oder einen irgendwie angreifen und schlecht machen Und was die nicht alles gehört haben und was die nicht alles wissen Und hinterher stimmt gar nichts Und für die habe ich mein zweites T-Shirt Was ich hier drunter trage Und das mir dann dabei hilft solche Dinge zu verkraften Dann denke ich mir diesen Spruch und dann ist alles wieder gut Und das ist so die einzige Antwort, die man manchmal geben kann Wenn man merkt, dass man mit der Waffe des Wortes nicht weiterkommt Dann hilft nur noch das hier Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video Und besonders wichtig wie bei YouTube immer Abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein